Hier vor den Toren Stuttgarts werden seit 1994 für Kunden auf der ganzen Welt innovative, meist robotergestützte Automatisierungslösungen realisiert. Mein Name ist Thomas Immer. Ich bin hier bei der Firma Handling Tech in Steinenbrunn verantwortlich für die Projekte in der mechanischen Konstruktion. Für die vielfältigen Aufgabenstellungen greifen die Automatisierungsspezialisten auf das umfassende PGN-Plus-P-Greiferportfolio von Schunk zurück. Die Kunden können aus 189 PGN-Plus-P-Standardvarianten auswählen und damit nahezu alle Anforderungen an Greifkraft, Hub- oder Werkstückgrößen abdecken. Und sollte etwas einmal nicht mit einem Standardprodukt realisierbar sein, hilft Schunk mit einer individuellen Lösung weiter. Durch die patentierte Vielzahnführung mit integrierter Dauerschmierung bietet die PGN-Plus-P-Baureihe eine hohe Momentenaufnahme und ist lebenslang wartungsfrei. Dank des umfangreichen Sensor-Zubehörs und vielfältigen Zubehöroptionen lassen sich die Einsatzmöglichkeiten der Greifer je nach Anforderung deutlich erweitern. Wir bauen hier für sehr viele Kunden Roboterzellen, bei denen die Greifer und Produkte von Schunk immer eine wichtige Rolle spielen. Handling Tech setzt konsequent auf das Produktprogramm von Schunk und ist damit hoch zufrieden und sehr effizient. Die PGN-Plus-P-Benchmark-Greifer von Schunk überzeugen in den Automatisierungslösungen von Handling Tech mit einem umfassenden Produktprogramm und absoluter Zuverlässigkeit.